Franz Xaver Gruber ist auch nie ein berühmter Komponist geworden. Er hat einige geistliche Lieder komponiert und einige messen. Und er hat klassische Werke von Donizetti, Rossini und Mozart bearbeitet. Und das, was Sie hier im Hintergrund sehen, ist ein lohnenswert zu besuchendes Museum. Es ist das neue Stille Nachtmuseum in Wagrein. Klassische Musik der besonderen Güte bekommen wir jetzt zu hören. Und zwar von vier Ausnahmemusikern der Wiener Philharmonikern und einem weltweit begehrten Pianisten. Philharmonik Five heißt das Ensemble, das vom Vorgeiger Dibur Kovac mit seiner Stradivari geleitet wird. Diese fünf Musiker lieben aber nicht nur die Klassik, sondern auch Musik, die für Kinofilme komponiert wurde. Zu hören auf ihrer ersten CD Mission Possible. Für uns spielen sie heute in, und das darf ich als Salzburger sagen, wahrscheinlich einer der schönsten Konzertsäle der Welt, dem großen Saal des Mozadeums. Und zu hören bekommen wir Waltz Nr. 2 von Dimitri Shostakovich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020